Binde nichts. Wie man unschwer erkennt, ist er Ingenieur. Der Herr Ingenieur. Jetzt aber leider arbeitslos. Ich weiß allerdings nicht, wie er es rein ihrer Frau klar machen soll. Muss er eigentlich aber auch gar nicht, weil die war das mit dem Funkel von gegenüber. Hängt immer noch ganz schön an dem Kerle. Jetzt das Gottle. Kinder ins Keune. Der Ingenieur hätte schon gern. Aber es klappt nicht. An ihr liegt es nicht. Sie hat schwarz auf weiß im Laborbericht stehen. Und da wohnt der von der Babs. Der Peter ist ein herzensguter Kerl. Auch wenn er früher mal geklaut hat. Die aus dem Merkunde drinnen auf Fuß. Schau mal, Gerd. Und? Jetzt hier, Freihäuser weiter. Hier. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020